Der Campus Jülich. Hier sind die drei Fachbereiche Chemie und Biotechnologie, Medizintechnik und Technomathematik sowie Energietechnik zu Hause. Und mittendrin im Geschehen die Bibliothek. Studierenden und Wissenschaftlern bieten wir eine ideale Umgebung für ihre Arbeit mit jeder Menge maßgeschneiderten Services. Gedruckt oder digital? Wir stellen Ihnen die richtige Literatur für Studium und Forschung bereit. Als Student finde ich immer alle Lehrbücher, die ich brauche vor Ort. Es gibt genügend Exemplare und ich kann sogar außerhalb der Servicezeiten mit meiner Erfahrkarte am Selbstverbücher ausleihen. Was will man mehr? Als Professor unterstützt mich die Bibliothek bei der Vorbereitung meiner Lehrveranstaltung mit der aktuellen Literatur. In Forschungstätigkeiten ist man generell sehr darauf angewiesen, dass entsprechende Datenbanken zur Verfügung stehen und die Bibliothek, die verschafft uns das und verschafft uns das, was wir brauchen. Und das läuft hier wirklich ohne Probleme ab. Ich studiere im zweiten Semester Biomedizinische Technik. Ich finde es total praktisch, dass ich während meines Auslandssemesters Zugriff auf tausende E-Books, elektronische Zeitschriften und Videotutorials habe. Wir helfen Ihnen, die richtigen Informationen und Quellen für Ihre wissenschaftliche Arbeit zu finden. Sie brauchen Literatur für Ihr Thema? Mit Katalog Plus haben Sie die Möglichkeit, mit nur einer Suchanfrage parallel im Bibliothekskatalog sowie in lizenzierten Datenbanken und frei zugänglichen wissenschaftlichen Dokumenten im Web zu suchen. Sie suchen etwas ganz Spezielles? Wir bieten Ihnen Zugang zu über 100 Fachdatenbanken. Wir unterstützen Sie persönlich an der Ausleihtheke, in unseren Recherchesprechstunden, in unseren Schulungen, maßgeschneidert nach Ihren Wünschen, spontane Einzelschulungen für Studierende oder im Rahmen von Lehrveranstaltungen. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie über das Kontaktformular. Und bei Problemen in der Ferne hilft Ihnen unser Chat. In Wohlfühl-Atmosphäre lernen. Egal ob alleine, in der Gruppe, mit Laptop oder an einem PC. Die Bibliothek bietet mir genügend Möglichkeiten. Einzelarbeitsplätze in absoluter Ruhe oder in der Bibliothek. Gruppenarbeitsplätze, PC-Arbeitsplätze in der Bibliothek und im Internetcafé. Und im Sommer kann man auf der Terrasse sitzen. Praktisch! Über die Druckstation der Bibliothek kann man Vorlesungsskripte zum Lernen kostengünstig ausdrucken und sogar bargeldlos mit der Fahrkarte bezahlen. Dokumente einscannen geht übrigens auch ganz einfach. Ihre Literatur ist unsere Aufgabe. Lernen Sie uns kennen und kommen Sie vorbei. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017